Einen erfolgreichen Wahlkampf hat Armin Laschet schon geführt. 2017 bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl schaffte es der damalige christdemokratische Oppositionsführer, die Sozialdemokraten in ihrer Hochburg zu besiegen. Seither regiert Laschet mit einer christlich-liberalen Koalition Deutschlands Bevölkerungsreichs des Bundesland. Jetzt will der Rheinländer aber ganz nach oben, ins Kanzleramt in Berlin. Geboren wurde Laschet vor 60 Jahren im äußersten Westen der Republik, in Aachen. Nur wenige Kilometer entfernt vom Dreiländereck zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Er wuchs in einem katholisch geprägten Elternhaus auf, machte seine mittlere Reife an einem bischöflichen Gymnasium und arbeitete nach seinem Jus-Studium zunächst als Journalist. Mehrere Jahre war er Chefredakteur der Kirchenzeitung für das Bistum Aachen. Über die kirchliche Jugendarbeit fand er früh den Weg zur Christdemokratie. Mit 28 zog er für die CDU in den Stadtrat von Aachen ein. 1994 schaffte es Laschet dann in den Bundestag, aber nur für eine Wahlperiode. 1999 zog er für die CDU ins EU-Parlament. 2005 nach einem CDU-Wahlsieg bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wurde er unter Ministerpräsident Jürgen Rüttgers Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration. Bei den CDU-internen Machtkämpfen setzte sich Laschet 2012 im Ringen um den Landesvorsitz durch. 2017 gewann er die dortige Wahl und führte seine Partei zurück an die Macht. Als Kanzlerin Merkel ihren Rückzug einläutete und Ende 2018 zunächst den Parteivorsitz abgab, wurde Annegret Kramp-Karrenbauer neue CDU-Chefin. Als AKK Anfang 2020 aber das Handtuch warf, bewarb sich Laschet. Bei einem Online-Parteitag im Jänner setzte er sich in einer Stichwahl gegen den CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz durch. Am Ende akzeptierte nach langem Hin und Her auch der Chef der bayerischen CDU-Schwesterpartei CSU, Markus Söder, Laschet als gemeinsamen Spitzenkandidaten der Unionsparteien. Nach den langen Jahren unter der ostdeutschen Protestantin Merkel kehrte mit Laschet ein Vertreter des klassischen rheinischen Katholizismus an die Spitze der deutschen Christdemokraten zurück. Medien berichteten über Verbindungen in Laschets Umfeld zur erzkonservativen katholischen Vereinigung Opus Dei. Doch steht Laschet eher für einen liberalen Katholizismus. Der Markenkern der CDU sei nicht das konservative, sondern das christliche Menschenbild, sagte er einmal. Ansonsten pflegt Laschet gerne das Bild einer rheinischen Frohnatur, die den heimischen Karneval liebt und dem lokalen Fußballklub, dem Viertligisten Alemannia Aachen, die Daumen drückt. Laschet ist verheiratet und hat drei Kinder, sein Sohn Johannes machte sich als Modeblogger einen Namen. Im Wahlkampf versuchte Laschet mit seiner Regierungserfahrung zu punkten. Allerdings gab er als Landesvater nach der Flutkatastrophe im Juli nicht immer ein gutes Bild ab. Die Umfragewerte der CDU-CSU sanken seit Mitte Juli drastisch. Kritiker warfen Laschet auch vor, als Spitzenkandidat zu wenig Position zu beziehen. Nach Einschätzung mancher Kommentatoren war es Laschets bewusste Strategie, sich möglichst wenig festzulegen, so wie es auch schon bei Merkel war. Zuletzt zeigte er sich aber im Bundestag und bei den TV-Diskussionen durchaus angriffslustig.